so dann müssen wir halt mal ein bisschen abwarten wir spielen mal so ein bisschen vor hier ist ziemlich dreckig gerade wir haben gerade einen kollabierten patienten weggedrückt einfach so schauen wir mal was der hat der wird gerade behandelt also wir brauchen wie man sie wir brauchen halt hier nicht sehr sehr viel machen unsere ärzte sind in der normal schicht schon sehr gut gerüstet für solche fälle deshalb denke ich sind wir hier eigentlich gut to go so wo haben wir denn noch irgendwelche mängel können wir mal ganz kurz schauen statistik wie eigentlich selten an so innere medizin hässliche umgebung können konnte nicht sitzen okay innere medizin ist ansonsten eigentlich ganz gut mit einer der besten ist sogar der beste fast mit der chirurgie sehr geil orthopädie sagt so ein bisschen ab gerade was ist hier denn los hässliche umgebung ok orthopädie ist ja auch ganz oben das ist eine der neuen abteilungen hässliche umgebung ok warum die haben doch hier einen schönen warte bereich eine schöne lounge doch schick aus wahrscheinlich wahrscheinlich ist hier oder was oder vielleicht geht es halt wirklich um die räume weißt du was verschöner mal so ein bisschen die räume können ja hier so ein bücherregal bauen und einen kleinen holzstuhl vielleicht nicht eher da weil da könnte man noch ein bett in bauen dann machen wir das mal eher in diese richtung machen wir eigentlich den defibrillator dahin lassen doch dahin bauen ist viel besser gut die haben hier natürlich auch keine fenster das natürlich auch nicht so schick ist wir bauen den mal hier so ein fenster hin noch mal fenster groß dann können die auch schon raus gucken 123 sack sehr gut und natürlich so ein paar deko objekte hier so eine schöne pflanze so in der ecke da waren denn noch im bonnir und kaffeetisch passt das machen wir mal so ein kaffeetisch hin mit nur radio kommen wir heute geben wir gönnen den eine radio wir sind mal so nett hat das jetzt nicht unbedingt so weiß ich ob das jetzt unbedingt schicker ist können ja mal hier so ein paar top pflanzen hier noch hin bauen natürlich jetzt einfach so dahin geklatscht aber gut soll ja auch so ein bisschen schick aussehen die haben hier natürlich auch nichts aber auch vielleicht noch mal so eine das wollte ich nicht 1 und hier auch er nicht sollte erstmal ausreichend wäre auch nicht zu viel bauen müssen auch ein bisschen auf das geld aufpassen ein bisschen zumindestens vor lassen das ganze mal so ein bisschen lauf was nicht genug tragen warte fack in der notaufnahme gibt es nicht genug tragen okay dann bauen wir da glatt mal eine hin hier sind auch eine das intensivstation und okay dann brauchen wir hier noch mal eine trage hin krankenkrage die nehmen hier sind doch welche oder kommen die da nicht ran natürlich hier auch einfach eine im weg platzieren machen wir mal eine hier auf dem weg die nutzen die aber ach so nee das ist grau hinterlegt sind alle in benutzung jetzt mal einfach eine krankenkrage hierhin gebaut ich hoffe die nutzen sie auch gleich ja sehr schön ich hoffe eine reicht aus erstmal ansonsten wüsste ich nicht wo wir die noch platzieren sondern einfach hier mit einem weg wahrscheinlich ja sollte ausreichend alles ist ziemlich blutverschmiert hier gerade alles ich hoffe die kollegen machen hier sauber wir haben hier hier in der nähe auch ein abstellraum glaube ich genau hier sollten hier eigentlich genau die machen hier mittlerweile so ein bisschen sauber aber es ist irgendwie noch zu jedoch sind ist genug personal dass sie das sauber machen sehr schön sehr sehr schön läuft doch ganz gut mittlerweile ich bin gespannt ob wir das schaffen dass wir den letzten tag auch ohne tote patienten oder fehlgeschlagene fälle überwinden weil dann kriegen wir 50.000 dann zahlen wir wirklich erstmal den kredit ab was auf jeden fall deutlich weiter helfen würde wir könnten natürlich auch so ein bisschen den außen weil wir haben gar kein außenbereich weil wir bis am rand gebaut haben was eigentlich auch ein fehler war wir haben leider kein außenbereich wir können halt nicht mehr weiter bauen wir haben wirklich bis zum rand die wand gebaut was ja wie schon gesagt ein fehler war deshalb können wir leider nichts mehr bauen für den außenbereich so wir haben die sandra hermes sie ist jetzt master of science sehr schön ja gut sehr schön nicht sie wird natürlich sind auch um einiges teurer aber gut gutes personal kostet nun mal auch ein bisschen was kollabiert das ist die beteide schneider automatisch speichern ruckelt immer so ein bisschen so raumauslastung kritisch 2 kann man immer so auf die schnelle schauen welche kritische waren ich glaube hier die statistiken hier in der notaufnahme nicht ja in der radiologie hatten wir einen kritischen raum wenn wir mal ganz kurz schauen welcher denn na gut das sieht man natürlich nicht komischerweise okay der röntgenraum war kritisch der nicht der röntgenraum wir haben glaube ich wir haben noch zwei röntgenräume diese trotzdem so mega ausgelastet zwei röntgenräume haben wir die ausgelastet sind um einiges krass okay das ist schon heftig ja macht es sind noch einen röntgenraum zu bauen ich glaube er nicht mehr können mal kurz weiter schauen okay medizinische labore in der nachtschicht waren die kritisch ansonsten glaube ich dürfte dann nichts weiter ja doch in der orthopädie in der orthopädie nee sorry kardiologie ist das die kardiologie die war hier oben da schauen wir mal kurz welcher raum hier kritisch war passung niedrig kritisch die kardiodiagnostik okay eventuell bauen wir noch mal eine kardiodiagnostik die frage ist wo eventuell könnten wir das hier so noch mittig hin klatschen die kardiodiagnostik weil wir haben halt wirklich einen platz mehr ne wir könnten das hier natürlich so ein bisschen um platzieren und hier so einen kleinen raum bauen könnten wir natürlich machen schon das ganze mal wieder so ein bisschen vor wenn der nachtschicht passiert hat wie gesagt gut da passiert viel aber wir können halt nicht wirklich viel machen und differenzial diagnose bringt das was pilz ruptur leber ruptur ok ja ja macht das sinn ich weiß es nicht weiß es nicht die diagnostik wäre schon ganz gut wenn man noch eine hätte glaube ich angewartet zeit ja das ist klar wegen der nachtschicht oder hier hätten wir auch noch platz hier hätten wir theoretisch auch noch platz wir könnten den warte bereich hier vielleicht hier macht das sinn wenn wir hier den warte bereich machen nena und nicht so geil wir haben sehr viele kollabierende patienten in der nachtschicht was nicht so geil ist ich hoffe jetzt stirbt mir hier niemand wenn jetzt hier jemand stirbt dann haben wir ein problem also zur inneren medizin warum musste eingewiesen werden oder was wort die corticosteroide ok in der inneren medizin haben wir dann niemanden oder was einschauen ich glaube in der nachtschicht haben wir in der inneren medizin kaum jemanden ja ja weißt du was wie wir versuchen es einfach mal wenigstens in der allgemeinmedizin hier so günstigen lange arbeitsweg immer mal den hier einfach wir versuchen wir versuchen wir versuchen unser glück ich hoffe wir übertreiben dann nicht nicht mit personal aber jawohl wir haben den auftrag abgeschlossen wir haben 50.000 bekommen sehr sehr geil die frage ist genau komme vier tage ohne unbehandelte patienten aus okay das wird ein bisschen schwieriger ich schaue mal was wir da für ein bonus bekommen erhöht tägliche klinik patienten auf 20 okay das wäre natürlich umso geiler ja machen wir gut ich mit unbehandelten patienten ich glaube das wird richtig schwer dass wir da keine kriegen weil gerade weil in der nachtschicht werden immer wieder welche gehen was heißt kann ich aus der beobachtung entlassen werden verstehe ich nicht soll das hier bekommen bekommt sie das denn büro diagnostik ach so haben wir in der diagnostik in der kardiologie überhaupt was in der nachtschicht radio diagnostik nein natürlich nicht dann stellen wir da auch noch eine ein gerade die diagnostik ist ja auch immer relativ wichtig aufsteher ja nicht eine pausen ähm ja nehmen wir mal die hier ähm ähm okay 6.630 WTF die muss überleben die muss um ein na gott sei dank ist sie jetzt erst gestorben und nicht am letzten nicht vor einer stunde weil dann hätten wir den zuschuss von 50.000 bekommen danke bettina schneider dass du dir noch eine stunde zeit gelassen hast zum sterben nein ist nicht lustig aber ja ich meine nur so ähm haben wir da jetzt was sollte ich jetzt gerade noch mal gucken genau ne irgendjemand ist doch gerade kollabiert ne das wollte ich mir nicht angucken genau die kollegin hier 6.630 die muss unbedingt überleben fragt ist wie können wir das jetzt am besten arithmie sie braucht eine herzoperation wir schon mal machen beziehungsweise ähm ähm ja als nächstes priorisieren so wir springen das mal spring mal rüber okay wir sind wieder auf drei sterne beim ansehen wahrscheinlich wegen der nachtschicht weil die halt einfach mal gar nicht gut läuft sollten schnell okay wir haben schon ein paar unbehandelten patienten das wird richtig schwer das wird richtig schwer so wir sind jetzt wahrscheinlich erstmal wieder äh nicht mehr bei 64.000 aber das ist nicht weiter wild wir werden jetzt auf jeden fall ja okay sie ist dabei zu gehen wahrscheinlich auch wegen der nachtschicht weil da wenig personal ist so 50.000 sollte erstmal ausreichen okay Elisabeth Hufnagel kann ruhig bleiben weil jetzt kommt jetzt kommt doch das ganze personal bleibt doch mensch warte doch erstmal ab so ähm Kredit abbezahlen so ich würde sagen wir haben ach du scheiße wir haben 140.000 Kredit ne 1 2 wir werden jetzt im laufe der 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 normal schicht noch um einiges an geld dazu bekommen aber äh dort ein bisschen und ich würde dann auch nochmal einen Kredit abbezahlen wir haben ja mega viel Kredit haben wir echt so viel aufgenommen krass okay immer noch 100.000 was ich mich frage sind diese 1000 wirklich pro tag weil dann ist es ja eigentlich nicht so viel ne nur 1000 pro tag oder ist es dann irgendwie pro stunde ne okay wir haben noch einen gestorbenen patienten what the fuck warte mal warum warum gehen denn auf einmal so viele patienten kardiologie urinuntersuchung okay im histologie labor warte mal jetzt muss ich mal ein bisschen langsamer machen ähm ähm histologie labor ist hier ja wahrscheinlich ist die auslastung hier ein bisschen zu too much das ist natürlich nicht so geil ähm ähm hm 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 machen wir hier eine ein neues histologie gut wir wollten ja eh hier oben noch eine weitere ein weiteres medizinisches ähm station aufbauen ich denke das wird dann die ganze geschichte so ein bisschen reduzieren dass die medizinischen labore im erdgeschoss ähm ja zu ausgelastet sind gut ich würde aber sagen wir machen noch einmal einen kredit hier auflösen dann haben wir nämlich nur noch 80.000 und 800 äh zinsen das ist um einiges besser als 140 also knapp die hälfte haben wir jetzt reduziert gefällt mir wie es läuft sehr gut ansehen läuft auch in der normal schicht die nachtschicht müssen wir da noch so ein bisschen ähm ja bearbeiten das äh kriegen wir aber auch noch hin in den nächsten folgen ich würde sagen für diese ähm Folge war es das erstmal wir haben so ein bisschen oh ok jetzt geht es aber doch ab hier in der normal schicht ich sag die normal schicht läuft einigermaßen gut ich mach die ganzen mal alle so ein bisschen auf code blau würde aber jetzt erstmal sagen dank fürs äh zuschauen und ja hoffentlich bis zum nächsten mal und ich hoffe dass wir die patienten hier nicht äh off cam jetzt oder off offline äh absterben also bis zum nächsten mal ciao